So, willkommen zurück. Wir haben heute Montag, den 7. Dezember 2015 und wie wir hier sehen, gibt es heute 15% Rabatt auf Puppenhausartikel. Welche das sind, schauen wir uns gleich mal an. Da haben wir die 15% auf die Beleuchtungsartikel und wie wir hier sehen, gibt es auch noch Möbel im Angebot. Allerdings steht da nicht 15% dran, sondern 14%. Woran das liegt, habe ich keine Ahnung. Aber wenn wir weiter runter scrollen, sehen wir auf dem Pavillon werden dann wieder 15% abgezogen. Das Puppenhaus an sich ist leider hier nicht mit dabei bei den rabattierten Artikeln, aber wer das vielleicht schon hat und noch ein bisschen Zubehör braucht, der kann vielleicht trotzdem noch ein paar Euro sparen, auch wenn es hier nur 14% gibt statt 15. vergleichen dazu. Und, da ist noch ganz schön, aber auch wenn es hier ist, was wir hier sagen, Untertitelung des ZDF, 2020